Nehmen wir doch mit. Zack, die nehmen wir auch mit. Die kann ich nicht mitnehmen. Oh nö, ne? Melonenkerne! Nioh. Was lassen wir denn mal weg? Gute Frage. Oh wow. Oh, schnackgelitten. Naja, kein Wunder, so wie mich die scheiß Skelette penetriert haben. Mit ihren Pfeilen. Boah, Kies weg. Moment. Na, na? Ja, gut. Oh, Kohle kann man dann doch nicht so liegen lassen, ne? Verdammt. Okay. Hallo, warum hat sie nicht Plopp gemacht? Da, Plopp. Wollte ich doch sagen. Ich will meinen Plopp haben, wenn ich was abbaue. Danke. Ja. Nein. Ich höre euch jetzt nicht. Aha. What is this? Nothing. La la la. Zombies. Ich höre jetzt. Ja, Zombies. Wow. Oh. Oh mein Gott. Das ist dann wieder so verdammt laut, wenn einem so eine Scheißspitzacke kaputt geht. Oh nein, da geht's auch noch weiter. Ich will das nicht. Immer dieses Endloskrams hier. Ich wollte aufhören. Ich wollte Pause machen. Oh. Oh. Ne, das hasse ich und das kenne ich. Ich werde mich total verlaufen. Das mache ich nicht mehr mit. Nicht mit mir, Minecraft. Ich nehme das Eisen mit. Und dann verschwinde ich hier aus diesem Gang wieder. Dann bin ich weg. Ich werde hier nicht von hier aus weiter graben. Nein, das werde ich nicht tun. Ich falle nicht auf dich rein. Minecraft. Geht's weiter, ne? Oh Mann. Hallo? Moment, 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 Moment. Okay. Ich kann das Eisen nicht mitnehmen. Ich bin schon wieder voll. Och. Mann. Komm, Erde. Weg. Wichtiger ist das hier. Ähm. Okay. Jetzt widerspreche ich mir hier. Zack, zack. Zack, zack. Zack. Zack, zack, zack. Hier bin ich durch. Gut. Ich gehe nochmal hier hin. Hallo? 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 Ja, mit der Schaufel. Testen wir ein paar Sachen durch. Wie lange brauche ich, um mit der Schaufel was abzubauen? Was nichts aus Erde ist. Ich rede Blödsinn. Ich rede Blödsinn. Totalen Blödsinn. Hallo? Zombies? 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 Wow! Mann, die machen so feuchte Geräusche. Das ist so richtig super. Die kammeln. Oh nö, das sind Abzweigungen. Ganz viele sogar. Oh, das will ich nicht. Ich will das nicht. Oh, Mendo. Ich will jetzt hier eine Runde heulen. Scheiße. Okay. Also, hier mache ich jetzt zu. Zack. Von da kommen wir richtig. Richtig, richtig, richtig. Jo, jo, rührt ihr mal vor euch hin. Und ich finde hier bestimmt nicht mehr raus. Okay. Oh, Redstone. Schon kein Platz mehr. Pass mal auf. Wir packen mal ein bisschen was weg. Hier, Feuerstein braucht kein Mensch. Ein paar Steine. Und auch eine Steinspitzhacke. Da finde ich das Redstone mit. Und den Rest. Hallo? Zack. Stecken die sich nicht? Ach, die sind alle einzeln. Och, Mendo. Och. Oh, scheiße. Okay, ich habe selber gesehen, wie blöd ich gerade war. Alles klar, das braucht ihr mich nicht im Nachhinein zu sagen. Ich schmeiße was in die Kiste, baue die Kiste aber ab. Das war so verdammt schlau. Ähm, Spinnenauge, Skelettknochen, berottendes Fleisch. Das klingt wie ein Hexenrezept. Feuerstein brauche ich nicht. Ähm, Zaun lasse ich hier. Da habe ich es. Ne. Okay. Soll erstmal reichen. Oh. Wie lange steht er da schon und beobachtet uns? Jetzt ist er abgetaucht. Was hat er vor? Da hinten steht ein Skelett. Und ich wusste es. Mich beobachtet jemand. Es war ein Creeper. Und er hängt in den Spinnenleben fest. Ne, 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 ne. Uh. Geht auch nicht gleich in die Luft, Alter. Wow. Okay. Danke. Die Schienen hätte ich mir sowieso abbauen müssen. Ja. Danke, Mensch. Creeper. Mensch, Quatsch. Skelett. Und da ist nochmal. Das ist ja cool. Ist das jetzt... Uh. Gehst weg. Hi. Hängst du hier ab? Oh, ich muss dich so gerne durchschlagen. Warum geht das nicht? Ich könnte doch hier durchstechen. Na, war du... War ja klar. War klar, dass du triffst. Komm schon. Komm schon. Haha. Mann, das ist ja genial. Wenn hier jetzt mal rüber, was richtig cool ist. Oh. Wow. Nicht schlecht. Naja. Was soll's. Das hab ich sowieso schon in der Tasche. Ähm. Steck... Ne. Mist. Die kann man nicht stapeln hier. Ach ja, Mensch. Das wird ja hier immer verzweigter, verzweigter. Aber trotzdem muss ich jetzt hier beenden. Äh. Safe stehe ich hier nicht, aber ist egal. Ich werde mich wahrscheinlich gleich einbuddeln. Bis hierhin erstmal vielen herzlichen Dank. Vielleicht mache ich das auch gleich offline. Offline? Offline. Ja. Offscreen. Noch ein bisschen weiter. Ähm. Bis hierhin erstmal vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe wünscht euch. Hope to see you. Tschüss.